Ja, alles klar. Ja, üb... Oh. Wow. Yeah, yeah, yeah. Wir sind ja übelst die coolen Spieler. Yo, yo, yo. Der müsste wenigstens noch die beiwerfen. Oh, guck, mein Hund. Border Collie. Hundetrainerin. Ich muss diesem Hund einen Trick beibringen. Ich kenne da jemanden, der kann dir da helfen. Das ist der Megamann. He, he. Da wundern sich jetzt vielleicht einige Leute. Nein, das ist jetzt nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Man kann sich in dem Spiel noch andere Typis runterladen. Eigentlich gibt es ja gar keinen Megamann in diesem Spiel. Da geht man hier auf den Objekt, den die tun. Ich zeige euch das mal kurz. Und hier sind schon einige Sachen dabei. Den hier habe ich sogar selber gebaut. Wow. Das ist der Morph Ball. Cool. Dann gibt es noch einen Pokéball. Dann kann man sich auch Sachen runterladen, wie zum Beispiel Mario. Und Master Sword. Und natürlich den Bomb-Bomb. Das ist ganz wichtig. Weil. Kann man den zünden? Wie heißt der, bitte? Verdächtiger Maxwell. Oh oh. Kalligrafisches. Darbendes. Erklärbare Bomb-Bomb. Weg hier. So, was würdest du jetzt machen? Ich muss diesem Hund einen Trick beibringen. Geht am besten mit dem Springseil. Hier. Ich bringe dem Hund mal einen Trick bei. Ui, cool. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Mann. Mann, ey. Hier. Anhängen, aufsammeln, aufsammeln. Na, geht doch. Hundetraining. Very cool. Sehr merkwürdig. Mensch. Okay, was gibt's hier noch zu tun? Oh, hier ist wieder so ein Typ mit einer Mega-Aufgabe. Hilf dem Freund bei seiner wichtigen Verabredung. Oh, das machen wir da gerne. Auf sehr fantasievoll Art und Weise, natürlich. Eine wichtige Verabredung. Start. Oh, jetzt sind wir als Amore verkleidet. Amore, Amore, Amore. Äh, wie, da ist die Prinzessin. Der Junge trifft sich mit seiner Freundin zu einer speziellen Verabredung. Hilf ihm, dass alles glatt läuft. Freilf ihm, zu einer Vorzeuge... Zu einem ver- vor- vor- vorzeichbaren Aufferung. Ninia-Robe. Das kommt immer gut an, Ninia. Nein, 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 kein Ninia. Mäh. Eigentlich meinte ich Ninia-Zug. Ja. Hier. Aufsammeln. Nein. Nein. Ja, ja, jetzt gibt den Typ einfach einiges Ding. alter aufsammeln stehlen benutzen man ist ja voll fantasie los anzug feierlicher haren anzug so ist aber anzug jetzt geht er rein zieht sich um lässt sich ein bisschen schneidern und profilieren wo siehst du jetzt total anders aus jungen jetzt auch noch ein auto er sieht ziemlich gut aus aber der junge kann sich ohne gefährt nicht blicken lassen womit könnt ihr sie abholen klappriges fahrrad klumpiges sie wird das fahrzeug lieben aber er kann nicht mit leeren händen kommen gib ihm etwas für einen guten beginn der verabredung es kommt bei einer verabredung kommt immer ganz gut an ein stofftier jetzt fahrt die weg das wird mir ein bisschen ach so ich dachte ich werde jetzt ohne den weg die nudeln sind kalt es scheint gut zu laufen sorge nun für die richtige stimmung aber schaffe etwas um das abendessen romantischer zu machen das ist das nicht ein romantischer sommer stoff geigenspieler das ist doch auch ein klassiker oder gleich zwei sind gleich drei ach nee cool oh jetzt geht es in den tunnel oh jetzt sind sie da oh was ist denn hier los sind sie nicht süß das hat ja zu seinem antrag sie hat ja zu seinem antrag gesagt wen brauchen sie bei der hochzeit bei einer hochzeit ist ein clown immer gut hallo warte mal vielleicht passiert jetzt hier wirklich noch was ach ne die lachen bloß hee der clown ist witzig wen braucht man bei einer hochzeit trauzeugen gibt es hier sowas trauzeuge ja natürlich wir heiraten ja vom kino jetzt aber rein ja oh wir können fliegen nice das mit dem flügel und dem ninja anzug muss ich mir merken das ist echt cool zwölf star rides so wie nee wir gehen jetzt hier weiter machen wir erst mal den level weiter jetzt wollen wir rein oh was ist mit dir los deuce deuce is angry was ist mit dir los ich muss zur schule aber ich führeste deuce will mir weh tun master sword das wird ja helfen gegen ihn anzukommen sich um deuce kümmern ok du kannst jetzt als maxwells bruder deuce spielen oh yeah ist das eine schule eine feuerwehrschule oder was ist mit dir los hilf dabei den stadtteil zu verschönern das kriegen wir doch locker hin mit graffiti und mit anderen sachen cool oh man wie sieht denn das aus da ist eine armeite es ist eine zeit die umgebung zu verschönern reiße das als erstes dieses alte gebäude ab oh ja das hätte ich so gerne tun mit einem panzer reiten wir den panzer angreifen da los alter hat das viel energie oder was brauchen wir was mächtiger was aussteigen dann brauchen wir eine Abrissbirne ja perfekt dann brauchen wir ein helikopter ja perfekt reiten dann brauchen wir ein stahlseil stahlseife seil 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 ja dann seil seil und lassen wir hier fest ist klar nein man beckt da mit und jetzt geht's ab äh warum geht das nicht ich bin hier voll der angebe alter was soll ich hier dynamit oh oh hat aber gut geklappt ne ein neues gebäude muss an diesem leeren platz stehen erschaffe einen ort äh der den bürgern gefallen wird ein casino gefällt doch jedem oder spielhalle ja oh yeah das ist cool ja es ist der öffnungstag teile den leuten mit dass das neue gebäude fertiggestellt ist ähm ein mega phone eignet sich dafür am allerbesten öffnen wie die tantier wenn ich jetzt auch rein geh uooor gibt ein dagger klein wie der gerade ist das fies er war legit historis Weg mit dem alten Fertig. Weiter geht's. So, was ist mit dir hier los? Hier gibt es noch so viele Sachen, die man decken kann. Die Pizza wird kalt, wenn ich zu Fuß liefere. So. So. Haha, der Pizza-Dreirad-Dienst. Tschüss. Okay. Geh hier rein, Junge. So. Oh, der magische Burger. Gib hier rein. Oh. Du bist, was du isst. Cool. Haha, ich bin ein Burger. Was ist mit dir los? Ich wünsch dir jemand gebe mir etwas Romantisches wie in einem Film. Was gibt's denn so Romantisches in einem Film? Was ist mit dir? Meine 3D-Brelle lässt jeden auf dem Bildschirm dreidimensional aussehen. Unerschrockener Flux. Jeden? Auch ein Rom-Schiff. Hallo. Cool. Nice. 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 Ist das geil. Cool. 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 Pastellene Olaf, so, Pastellene Oma, prallere Oma, oh ja, wow, jetzt müsste ich mal eine 3D-Brille haben, ob die wirklich dreidimensional war, du kannst jetzt als Max Fels Bruder Flux spielen, okay, jetzt brauchen wir was romantisches wie in einem Film, da brauchen wir Seifenschaum, eine Seifenschale, mir noch egal, ja, bitteschön, oh, das ist so romantisch, endlich ein Seifenschaum, äh, hm, Mann, ey, Blume verwelkt, äh, Vehikelblume, Blume, 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 Bl War das hier deine Aufgabe vor mit dem Ding? Das ist eine Fehl. Eine Wunschfehl. Okay, 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 okay. Ähm. Gibt es hier noch zu erledigen? Kann man hier rein? Ist da noch eine Aufgabe drin? Warte mal mit dem Vogel. Wie gewinnt man einen Vogel zum Freund? Eine Vogelpfeife vielleicht? Warum steht denn der da oben? Vogelpfeife. Vogelbeere. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Hier oben hier ist die Vogelbeeren. Hallo? Hä? Ich komme hier nicht mit. Tschüss. Meine Fresse, blöde Oma. Das ist hier. Angreifen. Boah. Wir greifen das Gras an. Guck mal, jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg. Mal gucken, ob er ja richtigen, coolen Weitschüssen kriegt hier. Angreifen. Los. Hey. Hey. Ah. Cool. Jetzt machen wir noch das Alten im Tod. Tja, mach da oben liegen, Stütze auf dem Ding. Was ist das? Ach ja, das ist die andere. Fahrt. 特 senden. Ach. Ach. Mhm. Bis zum nächsten Mal.